Hi Leute und willkommen zur Filler-Folge. Wie ja bereits angekündigt, werden wir uns heute nur, und zwar wirklich nur ausschließlich, um die Mitarbeiter kümmern. Alles andere wird heute nicht passieren. Im Prinzip ist es ja keine Filler-Folge, aber im Prinzip halt schon, weil halt nichts so krass Relevantes in Sachen Spiele passiert. Sondern wirklich nur Mitarbeiter, aber die Mitarbeiter sind ja eigentlich auch ein wichtiger Teil des Ganzen. Von daher, also wenn ihr heute Action erwartet und so weiter, ne, das kommt dann in der nächsten Folge wieder. Wann kommt denn die eigentlich? Anscheinend an einem Donnerstag. Die gibt es dann also morgen wieder, die Action-Folge quasi mit dem Starter in die zweite Liga. Heute wirklich nur Mitarbeiter holen, ein bisschen hin und her gucken, weil einige das interessiert, was ich so hole und ich möchte nicht alles offscreen machen. Und da ist das hier, glaube ich, eine gute Idee. Wie immer, ich werde jetzt hier nicht alles komplett durchlabern, ich werde nebenbei Musik anmachen. Ich schaue mir nebenbei gerade die Testtage von Formel 1 an, also ich habe auch was zu gucken nebenbei, aber vielleicht einfach, wenn ihr das gucken möchtet, ne, mache ich es. Wie bei dem Saison-Übergang von, ich glaube, der ersten, auch die zweiten Saison hatten wir das schon drin, ne? Nur damit ihr das wisst. So, was wollen wir uns alles holen? Erstmal, ganz am Anfang ist klar, dass ich schauen möchte, wegen Karajma, ich hatte euch ja gefragt. Wir haben mit ihm jetzt mittlerweile ja verlängert und ihr habt auch eigentlich alle zu einem sehr großen Teil gesagt, ich soll die Werte pushen. Ich habe mich jetzt entschieden, wir werden die Werte pushen, aber nicht auf das Maximum, denke ich. Also quasi, wir machen es jetzt mal so, ne? Wir machen einfach, bevor ich jetzt hier lang erklären muss. So, schauen wir mal. Das ist Co-Trainer, die wir momentan haben können. Was sagt eigentlich der FM, was der Co-Trainer haben sollte? Führungsqualitäten noch? Sehe ich ehrlich gesagt nicht so, weil Führungsqualitäten ist für mich immer so, auch wenn es dafür natürlich noch einen extra Wert gibt, eher so das Ding für Motivieren und Mannschaftsansprachen. Und Karajma hat ja immerhin zwölf Führungsqualitäten. Also ich mag wirklich nur Spielerfähigkeit und Spielerpotenzial beurteilen. Was haben wir denn hier so? Waren es nicht eben mehr? Ich habe es eins nach oben gepusht. Also wir haben 16,60 bei Rasmus Bertelsen und 16,16 bei Adanaide. Was würden die denn haben wollen? Der möchte 2,9 haben, okay. Und der möchte 2,7 haben. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Hier kommen Pedersen und Michael Henkel rein. Der würde 3,1 haben wollen. Ich glaube, Adanaide war gerade momentan derjenige, der am blicksten wäre. Gut, 5, 2,5 lassen wir mal. Ich habe mich nämlich jetzt dazu entschieden. Ich werde jetzt Karajma wahrscheinlich die Werte von Adanaide geben. Minus 1. Sprich, er kriegt jetzt 15,15 anstatt 16,16. Und ich packe seinen Gehalt drauf auf. Er wollte jetzt gerade 2,7. Aber weil ich auch hier minus 1 gehe, mache ich mal eine glatte Summe auf 2,5. So mache ich das jetzt. Und dann war es das auch. Gut, machen wir mal. Also plus 4 hier und plus 3 hier. Weil ich denke nämlich, dass er mit seinem C-Lizenz-Trainer scheint sich immer noch ein bisschen verbessern kann. So um 1000 Euro mehr. Und ich glaube, da haben wir jetzt einen guten Mittelweg. Zum einen, Karajima kann sich noch weiter entwickeln. Zum anderen, er verdient jetzt deutlich mehr Geld. Was uns natürlich auch ein bisschen beeinträchtigt. Auch wenn es jetzt durch die zweite Liga ein bisschen mehr Geld geben sollte normalerweise. Und wir haben trotzdem halt ein bisschen, wir haben einen guten Ausgleich gefunden, denke ich. Also so sieht Karajima jetzt aus. Er wird sich noch ein bisschen verbessern können. Und 2,5 verdient er jetzt. Was sehr, sehr viel ist. Aber zahle ich ihm gerne. Trotzdem beim nächsten Vertrag, den er bekommt, das wird dann wieder ein bisschen schwierig werden. So, die anderen Mitarbeiter. Wir starten mal, ich starte immer mal mit der medizinischen Abteilung am liebsten. Wir haben Mannschaftsärztin Sophia Lippert. Ich glaube, die ist ganz neu sogar. Schauen wir mal die Physios durch. 19, 15, ah. Und Nangnieszka hat jetzt 20. Die hat ihren Vertrag verlängert. Also mal gucken, ob wir Scouts finden, die 20 Physiotherapie haben. Wird hier ein bisschen dauern, weil ich habe es jetzt extra auf Deutsch gestellt, weil ich spiele sonst immer auf Englisch. So, hier müsste man wahrscheinlich Ablöse zahlen. 20k. Können aber vielleicht Sinn machen. Bei den Physios nehme ich immer eigentlich gerne Leute, die die Sprache sprechen. Das wären 850 Euro. Ja, der möchte gleich Chef Physio werden. Das ist nicht so schön. Auch hier 20.000 Abfindung. Nee, das wird hier eher nichts werden. Nee, ziemlich safe sogar nicht. Kann denn irgendeiner? Ja, wahrscheinlich hier, ne? Du kannst doch bestimmt Deutsch. Jupp. Du bist gerade... Uff, teuer. Brauche ich gar nicht weiter gucken. Kann jemand wenigstens noch ein kleines bisschen Deutsch? Deutsch, Deutsch, Deutsch. Spricht Deutsch. Grundkenntnisse? Leider nicht. Na gut, dann halt nicht, weil der Intensivsprachkurs, der kostet ja auch wieder... Hier habe ich, glaube ich, abgebrochen, ne? Jetzt, ja. Hm. Ah, schade. Ich dachte jetzt, Serbien dürfte billig sein. Aber leider nicht. Vielleicht dann Schweden. Schweden ist billig. Ja, der möchte aber auch U19 Physio erstmal werden. Deshalb möchte er jetzt wahrscheinlich ein kleines bisschen mehr. Ja, 700 ist in Ordnung. Dann... haben wir zwei neue. So, Nils Engelking geht weg. Die haben ja eh alle non-contract. Deswegen habe ich ja das so lange herausgezögert. Weil jetzt kriegen wir alle mit 20 und das passt. Und ich würde, glaube ich, auch gerne vier Physios haben. Also drei mindestens. Jetzt haben wir uns gerade zwei mit Treiber und Aguilar. Dann, ja, noch ein Schweden, ne? Die Ida, oder? Nee, du bist zu teuer. Thomas? Hm, auch zu teuer. Tania? Auch zu teuer. Karl? Oh, die sind alle jetzt so teuer. Hm. Was sagt der Franzose Erik? 2,3. Okay. Mike Brown? Auch 1,9. Und Jan van Damme? Drei sogar. Okay. Also Thomas war, glaube ich, schon der Billigste, ne? Mit 1,7. Das wird ein bisschen schwieriger hier. Der wird viel Geld verdienen. Also ich werde dann wirklich nur drei Physios holen. Jupp, 1,1. Okay, Treiber. Johansson und Santi Aguilar sollten dann die neuen Physios werden. Und dann kann man immer noch gucken, ob man irgendwann mal einen billigen Physio findet. Oder vielleicht sucht man sich dann einen mit 19 raus, der dann aber auch Deutsch spricht. Gibt es ja ein paar, allerdings nicht viele, die keinen Vertrag haben. Benjamin Frey möchte 1,3 haben. Ist mir ein kleines bisschen zu viel, weil er halt auch nicht die besten Werte hat. 1,9 hier beim Niederländer. Und dann Stefan Oberli ist 2,8 sogar. Und hier müssten wir überall Ablöse zahlen. Oder Abfindung zahlen. Das finde ich nicht schön. Was wären das so wieder 20.035 hier sogar? 28, okay. Also Abfindung möchte ich nicht unbedingt nochmal zahlen. Dann lasse ich erstmal drei. Ja, ich lasse erstmal drei. So, die Sportwissenschaftler. Ja, haben wir hier unseren Chef mit 16. Und hier haben wir auch nochmal 16. Das ist eigentlich schon echt stark. Ich glaube nicht, dass wir da allzu viel finden werden. Deutsch sprechen sie schon mal nicht. Na doch, 6. Haben die auch besser als 16? 2. Wir dürfen nicht mehr haben, als wir jetzt haben. Oh ja, 20. Okay, das muss ich machen. 20 ist zu krass, dass man das ablehnen kann, als Chef dann. 1,5 sollte sogar passen. Kann ja auch gerne einen langen Vertrag machen. Gut, den möchte ich gerne haben. Und Mikkel hat 18. Was möchtest du denn an Geld haben? 2,2. Ich glaube, das nehme ich dann eher nicht. Da unsere Beine eh 16 haben, lasse ich mal Caroline Lemmons. Auf ihrem Non-Contract auch. Und Bram hau ich... Vielleicht mit ihm verlängern für 400. Und dann 100 Euro sparen. Ja, Quatsch, nicht viel. So, ist ja Unsinn. So, seinen Chefposten wird er los. Wird ihm nicht schmecken. Okay. Dann nicht. Dann wird er gezündet. Und dann hätten wir die Medizinstabteilung. So, Trainerstab. Trainer sollte bleiben. Co-Trainer sollte auch bleiben. Das sind die Werte jetzt von Grotschold, unserem Jugendabteilungsleiter. 14, 13, 13. Deutschland ist sehr, sehr wichtig. Er spielt gerne 4, 3, 3, DM, Breit, Tiki, Taka. Das war auch immer sehr gut. Die Jugend... Die Juventags, die wir bekommen haben... Quatsch. ...waren... Solide bis gut. Von daher werde ich da nicht unbedingt was ändern müssen. So, Scouting. Kenntnisniveau Deutschland ist mindestens sehr gut. Da haben wir Max Balster, relativ loyal. Und Patrick Kläubert, relativ ehrgeizig. Grotscholden hat er jetzt. Relativ professionell. 14, 13, 13 haben wir gesucht. Äh, haben wir bei ihm. Und wir suchen nach 15, 15, 15. Hm. Relativ loyal ist nicht so geil. Zielstoffigkeit 12. 4, 2, 3, 1, DM, OM, Breit. Dann haben wir noch Patrick Kläubert. 4, 3, 3, DM, Breit. Tiki, Taka, sehr nice. Zielstoffigkeit 13. Relativ ehrgeizig. Ist besser als relativ professionell, finde ich. Aber ganz wenig nur. Deutschland ist außergewöhnlich. Also er würde schon gute Spieler finden. Aber Patrick, du bist teurer, ne? Ich glaube, du bist richtig teurer. Bist du? Naja, nicht als Scout. Aber Jugendabteilungsleiter wollen sie immer deutlich mehr haben. Also reden wir jetzt schon so um... Um 3K mehr wahrscheinlich. Aber es geht sogar. Aber ich kann auch nur maximal 2K bieten. Und Grotscholden hat das bereits. Uh, ich glaube, da werden wir bei Grotscholden bleiben müssen. Boah, 600 Euro Unterschied. Das ist quasi nicht stemmbar. Das würde richtig, richtig eng jetzt werden. Titel in den DFB-Pokal machen wir das Maximum. Titel in der zweiten Liga machen wir 15K. Würde er annehmen. Also er spielt das System, was ich spiele. 4-3-3-DM breit. Und zweite Formation ist 4-2-3-1-DM-OM breit. Kombinationsspiel und Tiki-Taka. Das ist richtig, richtig gut. Nachwuchsarbeit 18, 15, 16 ist perfekt. Anpassungsfähigkeit 14. Er wird also Deutschland auch mal ein bisschen pushen können innerhalb dieses einen Jahres. Zielstreifigkeit 13. So, es ist wirklich nur die wert. Und da ist Patrick Klöver deutlich besser. Bevorzugtes Defensivsystem ist ein bisschen doof. Ich habe keinen Bock auf Linksaußenverteidiger. Spielweise riskant, häufiger beim Pressing ist auch gut. Deckung variabel, ja. Das ist alles gut. Hm. Ich würde Patrick Klöver, glaube ich, holen. Einfach zum gucken, ob das vielleicht besser wird. So, der Chef-Analyst. Oh Gott, der ist schlecht. Der hat 10, 11, 10. Da werden wir auf jeden Fall einen besseren finden. So, 10, 11, 10 hat er. Also gucken wir nach... ...11. Gut, da gibt es richtig viele. Also da werden wir einen deutlich besseren finden. Da ist dann halt wichtig, dass man... ...nicht nur, äh, die Spieler des nächsten Gegners, äh, analysiert, sondern halt auch... Ne, Quatsch. Gegner ist ja nochmal ein extra Unsinn. Und ich habe Bullshit gesagt, äh, das ist jetzt grundsätzlich nur das, was im Data Hub drin ist, im Datencenter. Wo momentan nichts drin ist, weil noch keine Saison ist. So, wir haben, ähm, Namdi, Agania, 18, 14, ne, Quatsch. 14, 10-Schreibigkeit? Der war ja bald Chef, ne? 14, 14, 14. Haben wir nur noch einen besseren? Radinovic. Hat... ...habe ich Datenanalyse nicht drin? Habe ich das rausgenommen gerade? Ich glaube, das habe ich rausgenommen, ne? Das ist ja doof. Okay, Munir, Akiat, Marko, Petrovic und Agania. 13, 13, 13 bei Petrovic. 14, 14, 14, 14. Hier, Zielschreibigkeit ist nicht das, was hochgegangen ist. Und hier haben wir sogar 16. 13, 14. Also Munir ist etwas geiler. Will auch das meiste Geld wahrscheinlich haben. Äh, Chef, Chef, Chef. Also sollte man sogar hinkriegen. Für 1, 5. Okay, jetzt nur gucken, ob Agania billiger wäre. Ne. So, dann würde ich mir Akiat gerne holen. Und dann haben wir noch zwei normale Leistungsanalysten. Mit 13, 11. Und 13, 10. Das sollte man eigentlich auch besser hinkriegen. Deutlich sogar. Ah, Agania. Guck mal. Ah, der war jetzt, das waren jetzt 2K, ne? Die wir gesehen hatten. Und da haben wir schon, upsie, sorry. Ist 12 so eine krasse Verbesserung? Wahrscheinlich eher nicht. Kurz mal schauen, ob jemand ein bisschen Scouting-Erfahrung in Deutschland hat. Nein. Hm. Ich hole mir sehr viele Dänen. Ne, doch nicht. Boah, die sind teuer. Ich glaube, das überspringe ich erstmal. Okay, die Trainer. Da muss ich mir Screenshots machen. Wir können wie viele holen? Wir können für alle holen. Das ist richtig gut. Dann schauen wir mal. So, Torwart-Trainer. Haben wir zum einen Wolfgang Wimmer und zum anderen Nils Koch. Und das war eine Flasche. Falls ihr das gehört habt, ich denke nicht. Wir haben nur einen. Wir haben nur einen. Nils Koch ist Athletiktrainer. Okay, 15, 15, 15, 14. Puh. So, Torwart-Trainer. 15, 15, 14 war es, ne? Raphael Schäfer. Hm. Wir gucken jetzt nur nach Schüsse abwehren, ne? Das ist momentan bei Würzburg. Torwart-Trainer 1, 2 verdient er. Wir würden 1, 5 bieten. 120.000 Abfindung. Aber das würde sich, denke ich, sogar lohnen. Ja, würde ich auch sofort annehmen. Starke Werte. Deutscher. Dürfte auch immer ein bisschen helfen bei der Eingewöhnung. Dann schauen wir mal noch auf das andere. Das ist Bälle halten und Spielaufbau. Da haben wir Andy Kui. Was möchtest du haben? Oh, der möchte viel haben. Ich muss gleich unbedingt nochmal gucken, ob 10 wirklich genug ist. Ich meine ja. Aber ich will nicht gleich am Ende wie der Dumme dastehen. Wow, 1, 5 würde er annehmen. Okay. Okay, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, ja. Weil Taktik-Offensive mache ich ja. Riccardo macht den Ausgleich für die Arbeitsbelastung. Torwart-Trainer wird sich geteilt. Die holen uns ja gerade beide. Und dann können wir... Nee, Würzburg ist ja... Die können ja noch entscheiden. Die können mir auch einen Vertrag anbieten. Das mache ich noch nicht. Weil ja eh alle Non-Contract haben. Bis auf Nils Kock. Von daher, ich kann die alle umme quasi zünden. Dann schauen wir mal nach dem besten Trainer für defensive Taktik, den ich habe. 15, 11, 16, 12. 16, 12 ist der Beste. Im Prinzip muss ich hier gar nicht vergleichen, weil ich weiß, dass ich nur bessere finden kann. Wir werden... Genau. Wir werden es so machen. Wir holen uns jetzt erstmal. Und dann vergleichen wir. Weil das ist ja jetzt so Unsinn, das zu machen. Weil ich ja weiß, dass die meisten eh deutlich schlechter sind. So defensive Taktik. Hm, nicht so toll. Niki Uden, Rock Hančić oder Radomir Kukovic. 16, 15. Hmhm, nicht schlecht. Normalerweise, also wenn ich jetzt schon ein richtig, richtig krasser Verein bin, achte ich eigentlich immer noch gerne auf das bevorzugte System. Aber das werden wir jetzt hier noch nicht machen. Er hat 17, 15. Niki Uden hat 16, 17. Ui. Das Taktik ist so gut bei... Uh, und er ist anscheinend billig. Unbedingt immer rausnehmen, dass die mehr Geld kriegen, wenn wir aufsteigen. Ansonsten kommt er das böse, böse, böse Erwachen. Okay, da brauchen wir gar nicht großartig schauen. Der ist definitiv besser als der 16, 12er, den wir jetzt gerade hatten. Hm, defensive technisch. Oh, das wird schwierig anscheinend. Oh. Vier sind es hier. 14, 14. 17, 14. 14, 14 und... 14, 14. Er hat gerade eine Anfrage. Man darf nicht draufklicken. Von Alcoron. Also Kulcha sah... Ne, Quatsch. Der Guarity sah echt krass aus. Aber der könnte auch ein krasser... Ne, könnte er nicht. Ich wollte gerade sagen, ein krasser Jugendtrainer sein mit seiner 18-Nachwuchsarbeit. Aber er mag lieber ein 5-2-2-1 spielen und das wird dann nicht gut sein für die Jugend. Und das ist Busy teuer. Also Mike, Mike, please. Okay, das wird nix. Kulcha möchte 3, 5. Riget ist billig. Und Almenada etwas teurer. Aber Riget macht wohl am meisten Sinn. Auch nicht komplett übertreiben mit dem Geld. Ne, wir haben ja immer noch nicht die Preisgelder bekommen. So, wir hätten jetzt hier... Aber guck mal, so ein guter Trainer ist er gar nicht. Ach, Assistenztrainer ist es ja auch in Deutsch. Meine Güte. 14, 14, 7, 14, 13. Also die wichtigsten Werte sind eher 14, 14, 14, 13. Okay, Triple 14 und eine 13. Oh, Victor Elmis. Auf einem ähnlichen Level. Das ist vielleicht unnötig dann, eine 9 zu holen. Defensive Taktik. Ne, technisch. Ja, die Zielstrebigkeit. Taktik. Nehmen sich beide nicht so viel. Allerdings. Das ist jetzt aber ein Longshot. Ich weiß nicht, inwieweit das wirklich Unterschied macht. Er ist ja defensiv-technisch Coach. Also Taktik ist ja eigentlich gar nicht seins. Da hätte man eher bei dem anderen aufpassen müssen. Aber. Wenn ich da jetzt mal gucke. Raumdeckung. Wir machen ja eigentlich keine Raumdeckung. In keiner einzelnen Taktik mache ich das. Dafür aber häufiges Pressing. Macht das was aus? Eher nicht, ne? Ich glaube, ich würde Elm behalten sogar. Ja, ich glaube, das macht mehr Sinn. Weil er kennt die Mannschaft schon. Ich werde mit ihm aber trotzdem verlängern, bevor irgendein anderer Verein... Dann halt nicht. Ne, ich bleib aber bei Elm. Musriget dann nur gleich rauszünden. Das nächste ist Mainz, ne? Mhm. Also offensiver Technik. Ich klicke aber auf das Falsche. Offensiver Technik. Ui. Tim Borowski. Ist auch der Einzige. Möchte ich so einen Spieler bei mir haben, der die ganze Zeit immer bei Bremen war? Ja, Hauptsache er ist gut. 15, 16. Die anderen mentalen Werte sind nicht so geil. Aber ich glaube, er ist schon wirklich ein krasser. Der Quid und Nick Tesloff könnten auch... Tesloff ist aber ja immer ein Scout. Den habe ich auch in einem anderen Save. Aber der könnte mir natürlich, ohne dass er Scout ist, sehr, sehr viele Länder geben. Weil die Knowledge wird ja nicht nur von den Scouts bestimmt. Sollte jedenfalls immer noch so sein. Das könnte eine sehr gute Idee sein. Aber er ist halt auch ein super, super Scout. Das ist eher wirklich ein Scout. Den kann ich auch gleich schon verpflichten als Scout. Weil den möchte ich gerne haben. Ich weiß nicht, wie viele Scoutingplätze ich habe. Aber... Okay, vielleicht macht es auch nicht ganz so viel Sinn. Muss ich gerade überlegen. Weil ich habe noch kein weltweites Scouting. Okay, shit. Oder Dirk Kuid. 14, 17. Musterprofi. Oh. Oh, Musterprofi muss ich eigentlich gönnen. Musterprofi muss ich gönnen. Und wenn es nur ein Assistenztrainer ist, sowas im Verein zu haben, ist Gold wert. Okay, Dirk Kuid. Und wer ist momentan unser bester offensiver Technik-Coach? Das dürfte... Oh, Louis Holtby sein. Der ist aber auch nicht so weit weg. Oh. Wir haben ja gar nicht so schlechte, ne? Und Holtby ist halt... Aachen-Legende. Ne, okay. Nevermind. Das bleibt Holtby auf jeden Fall. Vor allem, weil er bei uns ja auch die... Coaching-Lizenzen gemacht hat. Der kriegt auch 2k von mir. Definitiv. Das ist mit Kardashian eigentlich jemanden, den ich behalten muss. Außerdem die Werte sind ja sogar gut. Mache ich schon mal rein. Ja, definitiv. Das ist ja nur sinnvoll, das zu machen. Und Elm, haben wir gesagt, bleibt auch. Okay. Ballbesitz, Taktik und Technik. Und dann sind wir da durch. Müssen dann noch die... Fitness-Coaches holen. Die wir auf jeden Fall neu brauchen. So, was habe ich gesagt? Ballbesitz, ne? Beides. Mhm. Ballbesitz, Taktik... Aber wenn wir das Song wechseln, dann wäre ich ja depressiv. Okay. Eine mit David Bergner. Oh, der ist Jugendabteilungsleiter. Der könnte teuer werden. Geht sogar. Aber generell wird es richtig teuer, ne? Für uns. Der möchte jetzt wahrscheinlich 2,4 haben. Ne, doch nur 2. Okay, das sollte man hinkriegen. Hm. Ganz knapp, ja. David Bergner. Okay, David Bergner. Hier haben wir 12,12. Das war jetzt eh deutlich besser, ne? Ich glaube, muss ich gar nicht vergleichen. Äh, Technik... Ne, wir haben Taktik gemacht, ne? Ja, 15 und... Das ist mental, ne? Mental, mental, mental. Wo ist mental? 15,15. Ja, also... Easy. Ich gucke mal noch kurz beim letzten. Damit ich es weiß. Das ist... 12,12 wahrscheinlich auch hier wieder. Ja, 12,12 wäre auch da das Beste. Das ist... Geld haben. Ja, hier kommt keiner rein. Das ist... Das ist ärgerlich. Markus Schopp. Ja, könnte... Warte mal, mental ist 8. Ich habe es falsch ausgewählt, ne? Ich brauche Ballbesitz-Technik. Gut, dass ich das noch gesehen habe. Das wäre jetzt doof gewesen. Gibt es keinen. Grünendeik haben wir. Oder... Wolfort. 1,3. Oder... 2,8. Okay, kriegen wir... ...ehr unseren Serben dann. Okay, wir hatten eben 12,12. Hier sind es 15,14. Passt. Guti. Dann... ...die Fitnesstrainer. Kurz checken. Ob da vielleicht ein guter dabei ist. Aber wir haben nur Nils Koch. Der hat 16,12,11,15. Sollte eigentlich auch was besseres für uns geben. Warum schneit es? Alter. Wir haben halt bald März. Better, please. Chill. Okay, Fitnesstrainer. Äh... Hier. Oh, das können knapp werden. Ich glaube, Nils Koch könnte sogar bleiben. Bram Gers. Zeig mal kurz mit... ...Nils Koch im Vergleich. Ich glaube nämlich wirklich, dass der bleibt. Disziplin und Motivationsfähigkeit ist hier deutlich besser. Aber wir haben jetzt keinen gehabt über 17 Fitness. Und da würde ich Nils Koch wahrscheinlich noch ein Jährchen behalten. Und jetzt hier eher auf mentale Werte gehen. Zum Beispiel durch Jean-Philippe Blanc. Oh, könnte schon wieder ein bisschen knapp... Na, nö. Nö, nö, nö. Das sollten wir für 1,5 Stunden kriegen. Jo. Dann wird Jean-Philippe Blanc neben Nils Koch wahrscheinlich unser Athletiktrainer, unsere beiden. Weil Nils Koch habe ich dann doch anscheinend gut gefunden. Ja. So, dann sind wir damit durch. Und jetzt können wir uns den Scouts widmen. Wir können 11 Scouts haben. Ach Gott, ey. Das wird jetzt anstrengend werden. Die haben alle Non-Contract. Sehr gut. Wir haben kein Daichin. Ei. Tendenz gibt es nicht. So, ist Scout. Und machen wir 15,15. Ich bräuchte jetzt erstmal einen für Deutschland. Sehr, sehr ärgerlich mit Teslov natürlich. Nikolaj Adam. Ist eher Trainer. Aber würde auch Scout sein, okay. Ich würde gerne einen Deutschen als Chef-Scout haben, weil der Chef-Scout macht bei mir immer den nächsten Gegner. Und dadurch brauche ich natürlich Deutsch. Würde er dann annehmen für 1.000 Uhr. Okay. Hat Spielläufigkeiten beurteilen 18. Perfekt. Noch niemanden zünden bei uns, weil wir vielleicht die Verträge einfach verlängern oder ändern. Okay. Ich habe 50.000. Ich kann 80.000. Oh ja, ich habe schon alles nach rechts verschoben. Ich kann meine Budgets nicht verschieben. Maximal Europa. Aber alles andere macht leider aktuell keinen Sinn. Aber 11 Scouts dürften uns dann halt trotzdem was bringen. Trotzdem ärgerlich. So, das sind krasse Scouts hier. Und das sind noch krassere. Chabic. Ungarn, Österreich, Deutschland, Schweiz. Ungarn könnte cool sein. Ja, aber möchte viel Geld haben. Das wird eher nichts werden. Mhm. Okay. Was habe ich denn aktuell? Was habe ich denn aktuell? Potenzial beurteilen habe ich mit Nick Kersten. Krassen. Den nehmen wir für Benelux. Den nehmen wir für Benelux. Weil da brauche ich ja gar nicht schauen, ob ich einen besseren finde, weil ich weiß, dass ich keinen besseren als, ups, sorry, als 17, 16 finde. Und er hat halt 14, 17. Passt. Colina. Ja, das ist schon krass hier. Ich hoffe, dass der verlängern möchte als normaler Scout, bitte. Das wäre sehr, sehr schön. Nee. Ärgerlich. Müssen wir noch ein bisschen warten. So, hier haben wir 15, 15. Da müssen wir gleich nochmal drauf schauen. So, Nick Kersten würde dann Benelux sein. Dann bräuchte ich Spanien wäre gut, ja. Skander wäre dann so der, der Colina-Ersatz mit Kroatien, Slowenien, Bosnien. Spanien muss ich eigentlich holen. Nick Kersten wäre Skandinavien unbedingt ganz wichtig. Da können wir uns aussuchen, ob es Tobias Ackermann wird oder Hjellmberg. Die haben beide, eigentlich keinen Unterschied. Ackermann wären 2k, Hjellmberg wären, super, 2k. Sollte klappen. Ja. Gut, 1, 4. Hjellmberg ist dann Skandinavien. Adenaldo brauche ich für Spanien. Puh, okay. Keine Chance, den zu holen. Nick Tesloff hat keinen Bock auf uns. Skander. Schauen wir mal, ob wir noch was Besseres finden. Redkowski ist dazu gekommen. Der könnte Polen. Oder Österreich-Schweiz. Österreich-Schweiz wäre schon gut. Das sollte hinkommen für 1, 2. Mhm. Dann macht er Österreich-Schweiz. Ich brauche unbedingt noch Spanien und Italien und vor allem auch unbedingt Frankreich. So, Frankreich. Haben wir keinen. Spanien. Haben wir Kläufer. Ja gut. Italien. Tesloff. Hm. England. Tesloff. Boah, der ist stark. Hm. Alternativ natürlich. Anpassungsfähigkeit hochklatschen. Und dann einfach in die Länder schicken. Da wäre Venstra richtig gut. Der auch schön viele Länder hat. Ah, ich wünschte, ich könnte vielleicht ein bisschen Afrika scouten. Die Spieler sind halt immer schön stark und billig. Wenn du die früh bekommst. Oh, das wird schwer. Oh, knapp. Okay, Venstra macht dann... Irgendwas. Und jetzt können wir schon langsam darüber nachdenken, dass wir... wahrscheinlich eher mit den Leuten verlängern. Ich werde mal Skender versuchen zu holen für die Ur-Turniere, die ich scoute. Also quasi Youth League und so weiter. Das ist Unsinn hier oben. Okay, momentan holen wir vier neue, ne? Eins, zwei, drei, vier. Plus Chef-Scout. Ah, es geht jetzt nur um die Scouts. Kolina ist weg. Miyazawa werde ich verlängern, weil er ein guter Scout ist. Mit 15-15 Asien ist auch nicht schlecht zu haben. Kolina würde ich gerne verlängern, wird aber nichts. Und dann haben wir nur noch nicht so krasse Scouts, wo wir wahrscheinlich Besseres bekommen werden. 14-14 habe ich noch nicht geschaut. Gut, das mache ich jetzt. Okay, ich bräuchte England, Steve Gallen, Italien. Ja, dankeschön. Ich habe Minus gerückt. Kakavale. Ist zwar Assistenztrainer. Oh, das wird auch schon wieder schwierig werden hier. 600 Euro Unterschied. 500, 400. Und er kommt nicht. Schade. Italien, das ist wichtig. Die haben immer gute Spieler. Gianluca Torma. Das ist billig. Deswegen holen wir den. Okay, dann bräuchte ich einen Spanier. Oh, Frankreich unspannend. Ja, wobei, ist ja jetzt erst mal wurscht. Weil die ja eh beide in unterschiedliche Länder geschickt werden. Arenalde war zu teuer. Also Luacques oder Chile noch. Sehr schön. Oder Lasry, der aber noch Elfenbeinküste und Senegal hat. Aber Franzosen haben ja auch gerne mal andere Länder noch. Okay, wir holen uns einfach Lasry und Luacques. Luacques, wenn es geht. Sollte gehen. Und Lasry? Sehr schön, der ist auch billig. Okay. Gucken. Damit man jetzt keinen Fehler macht. Wir holen uns jetzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Scouts. Sieben Scouts. Miyazawa bleibt acht. Kersten bleibt auch, ne? Neun. Also zwei Scouts noch. Bucadilla hat ein bisschen Nordafrika und ein bisschen Westafrika. Costanzo hat ein bisschen Südamerika. Was bräuchte ich denn jetzt noch? Ich kann ja höchstwahrscheinlich nur Europa scouten. Ich hab jetzt... Portugal wär noch gut. Portugal wär noch gut. Ich hab Spanien, Frankreich, Österreich, Schweiz, Deutschland, Skandinavien. England hab ich noch nicht. Italien hab ich. Mit... Äh... Skender kommt ein bisschen Südosteuropa hinzu. Aber ich da gerne Colina behalten würde, ehrlich gesagt. Frage. Wir haben ja zwei Scoutingplätze noch frei, ne? Portugal würde ich schon gerne nehmen. Lassen wir England aus, weil die Spieler eh immer abstrus teuer sind und holen uns ein bisschen Ostblock. Gerne. Mhm. Also wenn's geht. Weil ganz ehrlich, was für englische Spieler... Also ich holen mir die eh schon bei ihren U-Mannschaften 20.000 die Woche verdienen. So, Portugal aber ist auch mal geil. Dann haben wir leider keinen. Oh, das ist schade. Was haben wir noch? Das wären wichtig. Serbien. Okay, hat einer von euch noch andere Länder? Bosnien, Montenegro. Bosnien, Montenegro. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen eindeutig, dass es immer Bosnien und Montenegro ist. Aber wir haben ja eigentlich... Hatte der Typ... Ich hab seinen Namen schon ja vergessen. Auch Serbien drinne? Der hatte Serbien nicht drinne, dafür Bosnien und Montenegro. Türkei könnte auch sehr interessant sein. Türkei. Ah, schade. Nee, gibt's keine. Vielleicht wenn man auf... Äh... Gut geht? Nee. Durchschnittlich. Aber unter Durchschnittlich macht keinen Sinn. Hier hätten wir nur zwei, aber die sind mir ein kleines bisschen zu schlecht, ehrlich gesagt. 14-14 sollte es schon mindestens sein. Dann Portugal noch mal gucken, jetzt wo es runtergegangen ist. Auch da nicht. Teslov. Wahrscheinlich lasse ich einen Platz frei und versuche mir dann Teslov zu holen. Skandinavien habe ich Bulgarien vielleicht? Nee. Ungarn hätten wir haben können, aber der wollte uns nicht. Gibt auch nur einen. Puh, wo gibt's noch gute Regems? In Europa. Weil alles andere macht ja keinen Sinn, wenn ich eh kein Scouting-Paket außerhalb haben kann. Aktuell noch. Ja, dann wohl doch England, ne? Oder ein Allrounder. Allrounder macht mehr Sinn. Im besten Fall eigentlich Teslov holen. Mit seinen ganzen Nationen. Und dann, äh, Colina zurück. Dann haben wir immer noch keinen bei Portugal, aber ist ja egal. Was sah man hier so? Chago. Ja, ein bisschen Zentralafrika. Nicht so schlecht, aber kann ich halt momentan noch nicht scouten. Schottland, langweilig. Okay, dann lasse ich das erstmal mit den Scouts. Und hoffe, dass ich Teslov holen kann und mit Colina dann vielleicht reden kann, dass wir den zurückholen als Scout. Und das sind dann unsere elf Scouts. Ich glaube, dann sind wir gut dabei. So, Spieleranalysten und Sportdirektor. Sportdirektor ist ja quasi nur ein zusätzlicher Scout. Da holen wir uns einfach ein Billish-Boy. Henke ist kein Billish-Boy. Adamczuk. Oh, auch nicht. Aber wobei der Co-Trainer werden möchte. Aber dann ist meistens eh schon vorbei. Ralf-Mur. Ne, 4-2. Jakobs. 72 Jahre, überhaupt noch nicht. Okay, Ödelin wäre billig. Kann einer von euch schon ein bisschen Deutsch, anders als ich? Christiansen und Jakobs. Das war nicht der, ne? Das war der. Ne, Ödelin war der gerade. Shit. Okay, komm, holen wir uns, Ödelin, als Sportdirektor? Oder nehme ich da Colina? Dem ich jetzt natürlich keinen Vertrag bieten kann, aber das würde ihm vielleicht mehr schmecken. Oh, Colina könnte Sinn machen. Das mache ich. Ich werde Colina den Vertrag dann anbieten als Sportdirektor. So, dann können wir uns nämlich doch noch einen Scout holen. Das ist der Weg. Okay, dann hole ich mir einen Allrounder. Schaut, dass es keine Mini-Übersicht gibt, für wie viele Länder der Typ Ahnung hat. Serbien dürften immer die gleichen haben. Schweiz kann mal was Exotisches haben. Gab lange Zeit ja immer den... Oh Gott, wie hieß der denn nochmal? Einen Schweizer Scout von Basel. Der dann immer noch richtig, richtig starke Südamerika-Werte hatte. Was sah man hier noch? Bucadida. Oder ihn behalten. Ich habe Bucadida behalte ich mal lieber. Gut, also nur noch die Spieler-Analysten. Ich überlege echt, ob das Sinn macht, aber ich glaube schon. Ich glaube, so wie ich mir das vorstelle, macht es am meisten Sinn. Übrigens, durch Spieler-Analysten kriegen wir natürlich auch ein bisschen Knowledge, ne? Also hier, falls wir uns den Portugiesen hier holen. Ägypten. Oh, Ägypten ist seit ein paar FM's richtig, richtig stark. In Sachen Regents. Den würde ich gerne haben. Aber bevor wir das jetzt gleich machen, unbedingt nochmal vorher schauen, ob unsere Scouting-Knowledge vielleicht jetzt schon Bestand hat in Portugal. hat sie nämlich durch... Darf ich nicht gucken? Ah, okay. Kann ich nicht anklicken. Portugal. Durch... Ach! Ja, Markus. Durch welchen Mitarbeiter hast du wohl Knowledge in Portugal? Weil... Ich kann es mir jetzt auch nicht wirklich erklären, ne? Boah, ist das eine schwere Aufgabe. Wer wohl? Mann. Oh, da muss man echt lange suchen und überlegen. Leute, ich weiß auch nicht, ne? Ich weiß auch nicht, was da ab und zu umlos ist. Ist crazy manchmal. Gut, da werden wir natürlich gleich mit den Portugiesen abbrechen. Haben wir denn in der Türkei Knowledge? Oder generell, wo haben wir denn keine Knowledge? Auch wenn es jetzt keinen Sinn macht, das jetzt großartig nachzuschauen, weil die meisten gehen. Ne, da ist es nicht so gut. Und in England nicht so gut. Südafrika, also nicht das Land, sondern der... Die Region könnte natürlich auch sehr viel Sinn machen. Aber kann ich ja momentan nicht scouten. Also Türkei holen wir uns. Und dann würde ich gerne noch einen Engländer holen. Mit Lee Mooney. Das wäre dann richtig sexy. Dann haben wir geile Knowledge. Und brauchen nicht unbedingt mal die Scouting-Region. Gut, Leute. Dann haben wir die Mitarbeiter. Ich gucke nochmal kurz mit euch durch, was dann in der U19 los ist. Trainerstab müssten wir hier wahrscheinlich dann neu machen. Athletiktrainer, Tovertrainer wird hier übernommen. Der Rest leider nicht. Finde ich immer ein bisschen sehr schade. In der zweiten Mannschaft dafür schon. Also zweite Mannschaft musst du quasi nichts machen, außer Trainer. Die haben ja wieder keine Spiele dieses Jahr. Und die haben auch dieses Jahr keinen Trainer. Okay, dann gucken wir nach U19-Trainer. Und zweiter Mannschaftstrainer. U19-Trainer ist momentan bei uns Sebastian Müller. Der 17, ja 14, 14. Müssen wir mal gucken. Sebastian Müller auf jeden Fall. So, ist Trainer. Und dafür braucht er auch noch Nachwuchsarbeit. Taktische Kenntnis nicht unbedingt. Weil er die Taktik von uns übernimmt. Oh, da gibt es keine. Schauen nach. Assistenztrainer. Okay. Hakan Balta. 18, 17, 14, 13. Oh, Hakan Balta. Hätte ich Bock drauf. Hättest du auch Bock auf mich? Als U19-Trainer? Jo, geil. Nice. Hätte ich Bock drauf. Aber er hat jetzt halt natürlich dafür dann keine guten Trainerwerte. Das darf ich nicht vergessen. Hat aber hier keiner. Hat Sebastian Müller die denn? Ich darf nicht so naiv sein und nur jetzt nur auf den Namen gucken. Dann hat Sebastian Müller ein bisschen. Er hat Mental und Technik. Oh, ich kann Hakan Balta eigentlich nicht holen dann. Ich muss eher darauf achten, dass der Trainer gute Coaching-Attribute hat. Sowas wie hier Dioranovic. Der 14, 13 hat für Mental-Technik, äh, Mentaltaktik, also Ballbesitz-Taktik. Ja, ah, schade. Ich hätte irgendwie Hakan Balta. Hätte ich Bock drauf, ne? Aber das macht keinen Sinn, leider. Unbedingt gleich mal schauen wegen Deutsch. Ob da irgendjemand Deutsch kann. Hakan Balta kann, denke ich mal, Deutsch. Hat jedenfalls auch erweiterte Kenntnisse in Deutschland. Ja, kann er. Hier wäre der beste Nicky Kuiper. Oh, der hat gute Werte. Sowas brauche ich halt eigentlich eher als U19-Trainer. Weil ich keinen Bock habe, einen kompletten U19-Trainer-Stab zu holen. Ja, es wird eher Nicky Kuiper werden. Er kann Deutsch, halt richtig, richtig gute Werte. Wie sieht's aus bei uns jetzt? Dann, also Torwart und Athletik-Trainer ist klar. Dann hier Offensive mache ich. Dann wird er wahrscheinlich jetzt, äh, Ballbesitz-Taktik-Technik machen. Und dann bräuchte ich hier halt entweder Defensive-Taktik-Technik oder halt noch was, ja, Erfüllendes quasi. Also, Co-Trainer mache ich jetzt erstmal nicht. Und jetzt holen wir uns auch einen Zweiten-Mannschaftstrainer. Der sollte ein bisschen besser sein als der Letzte. Also, er sollte nicht so eine komplette. Das könnte jetzt Hakan Balta werden. Brodi, ich habe, äh, Fehler gemacht. Willst du vielleicht lieber, äh, mal als Zweite-Mannschaftstrainer werden? Achso, hier geht ja wieder nicht in, was auch immer. Vollzeit U19-Trainer. Nein, Brodi, du, 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 Zweite-Mannschaft. Voll geil. Nee, aber das war eh irgendwie ein bisschen buggy, ne? Weil, man hat es ja gerade schon gesehen. Das geht irgendwie nicht. Okay, wir hätten ein paar... Was ist denn hier Nachwuchs? Hier steht auch ein paar Dick-Nachwuchs drüber. Tino Schmunk. Vielleicht sollte er ein bisschen mehr können als nur Nachwuchsarbeit. Nee. 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 Sascha Begalga. Uh. Hertha Legend. Schauen, ob das klappt jetzt. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist wirklich ein bisschen buggy. Wegen hier Vertragsart. Dass man das ja erst wahrscheinlich machen kann, wenn die aufgestiegen sind. Aber nee, das geht. Okay. Vielleicht ein bisschen viel. Aber warum nicht, ne? Momentan ist der U19-Trainer von Wormatia Worms. Vorher Jugendtrainer von Unterharin gewesen. Also, warum nicht? Ich glaube, das ist gut. Und dann sind wir durch. Dann muss natürlich jetzt alles bestätigt werden und eingeordnet werden. Aber das erspare ich euch mal, weil das ist ja jetzt noch langweiliger. Und ich glaube, jetzt habe ich alles gemacht, was ich machen wollte. Leistungsanalysten haben wir gemacht. Gegneranalysten sind ja dabei. Spieleranalysten haben wir geholt. Scouts. Chef-Scouten müssen wir nochmal gucken mit Colina. Scouting-Aufträge mache ich dann aber off-screen. Gut. Dann sind wir durch. Und ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen. Oder wenn ihr das zum Einschlafen guckt, dann hoffe ich, seid ihr eingeschlafen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge dann wieder, wo es denn wieder richtig Action gibt. Bis dahin. Tschö.